hallo ihr lieben ja ihr wisst ja im moment macht keine kamera klick bitte action ja das ist mittlerweile also roundabout sind mir 25 drehs ab weggebrochen aber das ist halt so ich kann sich ändern und nein ich muss mich finanziell nicht verrückt machen der staat hilft mir mit staatlicher förderung weil ich bin ja selbstständiger schauspieler oder haben gewerbe auf schauspielerei ja vorsicht dieses video enthält ich weiß nicht wieder bei den influencern ist ich bin keiner ich will auch keiner werden aber mir ist langweilig so und zwar einige von euch wissen ja dass ich nebenbei auch immer verkostungen machen und nein man kann von der schauspielerei alleine nicht leben wenn man keine heike makatsch ist und die bin ich nicht und das will ich auch gar nicht werden mir macht das mit den verkostungen unheimlich spaß so und ich habe über zwei jahre lang dieser rostler burger verkostet so genau so sehen die aus das ist jetzt das doppelpack das fleisch die burger selber kommt aus irland das ist irisch beef die patties selber die sind schon vorgegrillt das heißt die braucht man oft in der mikro nur heiß zu machen ich habe es jetzt einfach mal aus langweilig draußen auf dem grill gemacht aber normal packt man einfach die patties eine minute in die mikrowelle die toasties packt man ganz normal in den toaster ja die passen da rein dann habt ihr eine wunderbar würzige soße dabei käse ist dabei gut ich mache natürlich jetzt noch tomaten und zwiebeln drauf aber vom geschmack her sag ich euch ganz ehrlich brauchst du nicht mehr zum mikis zu gehen so ein doppelpack 2,99 der quarter pounder das ist mit doppelfleisch 2,99 also ich bin total begeistert ich werde ihn jetzt gleich mal fertig machen das zu viel und dauert viel zu lange das wollt ihr gar nicht sehen ich mache es einfach langweilig mir ist so langweilig bei mir kannst du mittlerweile vom fußboden essen mein fenster wenn ich die putze denke ich immer sind da noch scheiben ich schreibe jeden tag zehn bewerbungen meine e-mail meine webseite neu gemacht meine fanpage neu gemacht autogrammkarten verschickt wie sich das gehört nein ja es kam schon ein paar e-mails komparse nee sorry komparse nein mache ich nicht mehr das hat verschiedene gründe das jetzt hier zu erklären dauert einfach zu lange und ich mache es ja halt schon fast über sechs jahre und aber egal ist ein anderes thema mir ist langweilig ihr lieben ich mache jetzt erstmal mein burger fertig ich schicke euch ganz liebe grüße welt liebe grüße in die welt und hoffe es geht bald weiter ach nächsten monat bin ich zweimal in der schweiz habe ich schon ein angebot weil in der schweiz brauchst du keine maske hast du kein mindestabstand läuft ach ja dieses video hat werbung enthalten für den rastler burger aus irland ich wünsche euch was schön dass ihr mir zugeschaut habt nein ich mache jetzt kein youtube kanal ich werde auch kein influenza nein werde ich nicht ich habe euch liebtschau wie süß